Wunderbar. Lieber Franz, danke für die Einbegleitung Ihnen allen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Mein herzliches Grüß Gott und dem IMS-Team. Mein Dank für die Einladung und es wurden schon viele Fragen gestellt. Ich beginne auch mit einer Frage an euch und an Sie alle. Was hat Dante Alighieri, der große Vordenker der Renaissance, aus Florenz verbannt, gestorben vor exakt 700 Jahren in Ravenna? Der große Dichter der göttlichen Komödie und der menschlichen Lebenswege in diesen Tagen so viel beschrieben in allen Medien. Was hat dieser Dante mit IMS-Team zu tun? Mit IMS-Team, dem großen Ermöglicherprojekt im Unterricht, mitunter auch ein wenig verbannt, aber längst noch nicht verstorben. Und wie sich für ein Schulprojekt gehört, töte ich die Frage nicht mit meiner Antwort und ich gebe jenen, welche die folgenden 35 bis 40 Minuten dabei sein möchten, aber keine Geduld zum Zuhören aufbringen, schon die Gelegenheit für Antwortvorschläge auf diese Frage im Chat. Und wie sich für eine Schule gehört, werde ich aus der Zahlensymbolik die Ziffern 1 bis 5 verwenden, um meine Gedanken ein wenig zu strukturieren. Die 5 war ja Ausgangspunkt vieler Rechensysteme. Die Quintessenz, nicht nur in der chinesischen Philosophie, wir können sie auch an unseren Fingern abzählen, unsere 5 Sinne besammenhalten, an die olympischen Ringe denken, uns über die 5-Tage-Woche ärgern oder freuen, mit den 5 Argonauten das goldene Vlies rückerobern oder in der Bibel über die 5 klugen und 5 törichten Jungfrauen nachlesen. Also stelle und diskutiere ich heute 5 Fragen und die ersten 4, die kennen Sie alle längst, sind die großen Fragen Immanuel Kantz an das Leben, um Erkenntnis und Bekenntnis, um Ethik und Moral, um existenzielle Fragestellungen und nicht zuletzt um den Stellenwert des Menschen in seiner Menschenzeit, der Welt von heute für morgen, Menschenzeit wie Christian Schwägerl, das Anthropozän sinnrichtig transformiert hat. Und ich ergänze heute um jene fünfte Frage, die wir selber sind und als Aufgabe haben. Franz hat es angedeutet, die schulischen Herausforderungen haben sich weiterentwickelt, vom Konsumentenschutz zur Verbraucherbildung, von der Schuldemokratie zur Vereinbarungskultur, von bloßer Digitalisierung zu digitaler Bildung, von Integration zu Inklusionspädagogik, von MINT jetzt ein wenig zu Klimaschutz. Also was ist und wohin will Schule als Ort und als Geschehen rund um Lehren und Lernen? Schule sind wir alle, es genügt ja nicht nur besser von ihr zu wissen, es gilt sie besser zu machen. Worauf achten wir, um uns diesen Herausforderungen des Anthropozäns zu stellen? Haben wir noch die Möglichkeit, eine ökologisch stabile und lebenswerte Zukunft überhaupt auf den Weg zu bringen? Und was sind die Folgen für die Schule? Wer trägt sie und wie ändert sich dadurch das Verständnis von schulischer Führung? Und wem diese Fragen jetzt zu banal klingen, dem füge ich eine religiös-historische Metapher bei, die es allemal wert ist, mit der Schulrealität anno 2021 verglichen zu werden. In der Hakkada, der Geschichte der Befreiung des jüdischen Volkes, Arik Brauer hat sie kurz vor seinem Tod so wunderschön und völlig neu bebildert. In der Hakkada werden vier Söhne vorgestellt, heute wären es Töchter und Söhne. Der Verständige, der Böse, der Einfältige und jener Vierte, der nicht mehr zu fragen weiß. Der Verständige, der fragt nach, was alles bedeutet, von den Naturgesetzen bis zum Einmaleins, fragt nach den Gründen, folgt nicht nur Inhalten. Der Böse höhnt und er sagt, mir genügt, was ich in YouTube anschauen kann. Wozu noch lernen heute? Der Einfältige, der liest die Kronenzeitung und der fragt, wozu ist die Schule überhaupt noch gut? Er kennt kein rationales Verständnis der Welt und doch spürt er in sich ein grundehrliches Bestreben, das Richtige zu tun. Und jenem Vierten, der nicht mehr fragt, dem bedeutet die Schule gar nichts mehr. Der ist apathisch, der ist nicht dumm. Aber materielles, bequemes, haben eine viel höhere Priorität in seinem Leben als das schon fremde Wertesystem seiner Großeltern und seiner LehrerInnen, mit dem er sich gar nicht mehr identifiziert. Die Haggadah als das, was wir aus Schule machen können, ein Handbuch der Erziehung am Ort von Begegnung. Bevor ich beginne, die erste der Fragen, Kanz pädagogisch zu transformieren, lieber Franz, besonders für dich, noch ein kleiner Sidestep und zwar zum von mir verehrten Christoph Wulff, jahrzehntelang Forscher zur pädagogischen Anthropologie und ich widerspreche ihm, wenn er vom transformativen Lernen spricht, quasi als Trafo-BNE, Transformation der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Für Wulff, und ich zitiere ihn, ist die Frage, wie wir den Menschen und seine Bildung am Beginn des Anthropozäns verstehen, eine historisch und kulturell neue Frage, von deren Beantwortung die Zukunft des Menschen und des Planeten abhängst. Ich bin ein einfacher Lehrer, ich widerspreche und ich sage, wie wir den Menschen und seine Bildung in dieser Menschenzeit verstehen, das ist für die Schule eine historisch und kulturell alte Frage, mit deren zeitgerechter Formulierung und Interpretation, aber die Zukunft mitentschieden werden kann. Denn dahinter steht nicht mehr und nicht weniger als die wahrhaft alte Botschaft Gottes an den Menschen aus der Genesis 1, 28, sich die Erde untertan zu machen. Dahinter steht das Verhältnis, das Verständnis der Erde im Anthropozän, seit der Mensch sie zu verstehen versucht. Und was im Unterricht und im Diskurs des Unterrichts nicht fehlen darf, ist eben eine zeitgemäße Deutung dieses Wortes vom Dominium Terre aus der Genesis, das die Umweltethik seit Jahrtausend bestimmt und den Menschen zwischen Herr und Teil der Natur zuordnet. Und damit zurück zur ersten Frage Immanuel Kant und die transformiere ich für die Schule. Wir kennen doch alle Albert Einsteins Ewigkeitsformel ESMC Quadrat, ihre zeitgeistige Deutung der Äquivalenz von Masse und Energie und vermutlich auch die digitalisierte binäre Lebensformel It from Bit. Also besteht das, was ist, aus Molekülen und Atomen oder für uns heute aus Information? Schafft heute Information erst die Welt? Unsere SchülerInnen jedenfalls scheinen heute die Wirklichkeit der Welt vorrangig durch jene Informationen zu erfahren, die sie aufnehmen. Umso wichtiger wird die schulische Frage nach dem Zugang zum Wissen und jene nach dem Umgang mit Wissen. Darüber wäre lang zu reden. Ich pointiere einfach und sage, wenn wir LehrerInnen unseren SchülerInnen beibringen, dass es nicht so nötig sei, etwas zu wissen, sondern nur darauf ankomme, zu wissen, wo das Wissen zu finden ist, dann dürfen wir nicht vergessen, dass es für sie wichtig und unverzichtbar ist, zu wissen, was es überhaupt zu finden geben könnte und wenigstens zu wissen, was man wissen wollen sollte. Wir alle kennen das berühmte Shakespeare-Wort aus Hamlet, die Zeit ist aus den Fugen. Und ich benenne diese drei Zeilen als wesentliche Aufgabe von Schule heute. In des Dichters Worten Time out of joint, Zeit und Welt aus den Fugen, brennender Regenwald, schmelzende Eiskappen, globale Erderwerbung, massenhaftes Artensterben, verspeistes Mikroplastik, privatisiertes Wasser, alles das, Folgen des menschlichen Fingerabdrucks im 21. Jahrhundert. To set it right. Schule, der Ort und zurechtzurücken. Was sind die Folgen für Schulleben und Unterricht? Genügend da Aktionen wie Bio-Wäckerl und Leberkäs, Entschuldigung, das Telefon ist zwar leise gestellt, aber es knattert, genügend da Aktionen wie Toiletten, Geruchskontrolle nach dem generellen Rauchverbot, nach genügend Kompetenzorientierung in den Lehrplänen, Gender-Regeldiskussion für die vorwissenschaftliche Arbeit, Apfelbäumchenpflanzen im Schulgarten, Pädagogikpaket, neun-Punkte-Plan gegen Gewalt, Reboot der Schule gegen die apokalyptischen Bedrohungen der Menschen und der Gesellschaften. Let's go together. Gemeinsam vom Lernen zum Tun mahnt uns nicht auch der Zielparagraf, Paragraf 2 Schulorganisationsgesetz zum Neustart. Durch Subsidiarität im Denken, durch Fragen nach den Gründen im Lernen, durch Solidarität im Handeln, durch Fakten statt Fakes. Wer zur Quelle gehen kann, der gehe nicht zum Wassertopf. Wie kann das geflügelte Wort Leonardos des Meisters der Renaissance aus dem kleinen Dorf Vinci zur zweiten Renaissance der Schule werden? Wie gestalten wir heute gemeinsam Unterricht, um wie Goethes Heinrich Faust von Johannes Evangelium ausgehend ausrufen zu können? Im Anfang war die Tat. Was wir jedenfalls an unseren Schulen verhindern müssen, das ist jene Flut von Bad News, die in den Medien am Boulevard dominieren. Manipulierte Taten, Verschwörungstheorien, Internet-Shitstorms, Populismus-Auswüchse, manipulierte Fotos, erfundene Geschichten als üble Gerüchte im Permaregen der Information. Denken wir, doch seinerzeit ist noch nicht lange her, von den Tweets von Donald Trump bis hin heute zu den Impfverleugnern. Und wenn Herr Kickl gegen die Erkenntnisse der Wissenschaft, seinem, wie er es nennt, Hausverstand folgt und im Standard Vitaminpräparate und Bitterstoffe statt der Impfung empfiehlt, dann sollte er vielleicht grünen Tee trinken. Eine Verfassungsbeschwerde gegen die Coronavirus-Schulverordnung, die macht mich nicht fassungslos, aber sie ist mir unfassbar. Wer stellt denn die Stimmungsmache hinter die Leitplanken des Faktischen, wenn nicht unsere Schulen, wer, wenn nicht LehrerInnen im Unterricht entlarvt Ideologie? Wer, wenn nicht die Schule soll Gefühle nicht via Twitter und Facebook und Instagram vermitteln, sondern durch Lyrik und Selbstoffenbarung? Wer sonst übernimmt die Verantwortung für das Gelingen von Bildung, für den gelebten kategorischen Imperativ, für sozialen Frieden in unserer Gesellschaft? Die Schule ist doch keine Gehirnwaschmaschine. Wir dürfen keine schrecklichen Vereinfacher sein, wie Martin Heidegger die Journalisten genannt hat. Die Schule ist auch keine Echokammer und keine Filterblase der neuen Medien. Jeder Dialog im Unterricht braucht die Dialektik der Argumente und er braucht die nachdrückliche Orientierung an Fakten. Was also sind die schulischen Aufgaben, um junge Menschen zukunftsfähig zu machen, ihnen Futures Literacy zu vermitteln, um Zukunftsfähigkeitskompetenz mit ihnen zu erwerben, zu entwickeln? Wie lässt sich Anthropozän unterrichten, doch nicht mit Prophetie, Präkognition, Prophezeiungen und ganz bestimmt am wenigsten durch Besserwissendes moralisieren. Und um das Neue zu lernen, braucht es vielleicht gar kein Neues Lernen. Will doch seit jeher und soll sie auch die Schule hinführen auf Zustände und Aufgaben in unserer Gesellschaft, um sie zu verbessern. Will und soll sie mündig machen für ein Leben innerhalb der Gesellschaft, ihrer Normen und gleichzeitig Einfluss zu nehmen auf Ist- und Soll-Zustand gesellschaftlicher Verhältnisse. Wissen wird erstrebt, um die Welt zu verändern, zum Guten hin, um sie besser zu machen. Wer die Zukunft mitverantwortet, braucht Kenntnis der Vergangenheit und Demut ihr gegenüber, sonst wehnt er sich doch nur am Ende der Geschichte. Also über das Anthropozän Unterrichten ist vorab eine Frage der Erkenntnis und danach erst eine der Moral. Die zweite kantische Frage, die richtet sich schulintern auf die moralische Verantwortung gegenüber der Schulgemeinschaft, extern auf die ethische Verantwortung der Schule gegenüber der Gesellschaft. Wie gebrauchen wir Wissen? Kant stellt die Frage, inwieweit sich der Mensch als Naturwesen in sozialen Beziehungen verantwortlich fühlt, als Beginn einer Anthropozän-Diskussion in der Sprache seiner Zeit vor langer Zeit. Ich formuliere daraus die These für heute, nicht aus der Befolgung von Gesetzen entsteht das Gewissen, sondern umgekehrt aus dem Handeln, nach eigenem Gewissen mögen allgemeingültige Gesetze entstehen. Und dafür braucht es diese fünf Indikatoren, Grundbausteine schulischer Autonomie sind es für mich. Es wäre ein eigenes Kapitel, ich nenne nur Überschriften, jedenfalls für vier. Schenken wir Würde jeder, jeden Einzelnen. Fördern wir Ermächtigung statt bloßer Kontrolle. Seien wir mutig, besonders den Schulbehörden und der Gesellschaft gegenüber. Erhöhen wir Vertrauen. Vertrauen ist Hoffnung auf künftige Erfüllung bei Thomas von Aquin. Für mich sein im Anderen Erkennen bei Hegel. Vertrauen ist Zutrauen zu den eigenen Erwartungen bei Luhmann. Und verführen wir zur Güte und ich hebe nur den fünften Indikator hier heraus, den Mut. Und ich setze dafür ein Plagiat für Kant. Eins, das wir auch alle kennen und in dem ich nur Aufklärung durch Autonomie und Mensch durch Schule ersetzt habe. So wird aus dem Kategorischen ein pädagogischer Imperativ. Kant beschreibt, was Menschen unmündig macht, wovon sie sich befreien können, um selber denkend und aufgeklärt in Schule und Gesellschaft zu leben. Die Parameter heute, 237 Jahre später, sind längst andere, aber sie bleiben doch vergleichbar. Und heute ist doch auch in einer freien Gesellschaft die Freiheit bedroht, das selbstständige Denken, das mitverantwortliche Handeln. Ihre Feinde kennen wir, Gewöhnung, Hörigkeit gegenüber Social Media, Political Correctness, Gruppendruck, Blinde Regelbefolgung, Bequemlichkeit, Obrigkeitsgehorsam, nur nicht auffallen wollen, Gleichgültigkeit, Resignation, Mutlosigkeit. Beginnen wir Aufklärung, neu zu leben als Gestaltungskultur, auch als Führungskultur von Schule. Autonomie als mitverantwortlich gelebte Freiheit. Was kann die Gesellschaft, was kann die Schule anno 2021 heute tun? Reinhold Leinfelder hat das gefragt, Geologe, Paläontologe der Freien Universität Berlin, Gründungsdirektor des Hauses der Zukunft, ein führender, ein flammender Anthropozänforscher. Und er stellt fünf Optionen auf, fünf Pfade. Business as usual. Also einfach nur weiter wie bisher. Reaktiv, man bekämpft Symptome. In der Medizin kommen Mittel zum Einsatz, wenn eine Krankheit ausgebrochen ist. Oder es werden Pestizide gegen Schädlinge entwickelt. Suffizient, also hier gilt weniger ist mehr, regionale Produkte kaufen, autofreie Tage, Natursubstanzen statt Antibiotika. Bioadaptiv, Kreislaufwirtschaft, kompostierbare Verpackungen, Insektenessen, regenerative Energien, gesunde Ernährung, recycelbare Baustoffe und Hightech. Also dann bestellt der Kühlschrank die fehlenden Nahrungsmittel. Selber. Robotik, elektronische Prothetik, Kunstfleisch, 3D-Drucker. Und Leinfelder bietet sehr pragmatisch optimierende Mischungen an aus diesen fünf Pfaden, um Neonatur, Gesellschaft, Technik und Kultur zu verbinden. Keine belehrenden Ad-Hoc-Lösungen, aber beschreitbare Wege für die Schule, für die Gesellschaft, für jeden von uns. Die dritte Frage, Immanuel Kant, die hat für uns an Schulen und Hochschulen auch eine besondere Bedeutung. Ich halte es für nahezu die wesentlichste Aufgabe der Schule von heute, im Angesicht eines medialen Apokalypsen-Alarmismus einen begründbaren Realismus entgegenzustellen und pädagogisch verwertbare Visionären Kulturoptimismus zu vermitteln. Für Kant geht es nicht um eine entfernte Zukunft voller Erlösung und Heilserwartung, vielmehr darum, ich zitiere, dem Leben durch Handlungen einen Wert zu geben, die jetzt oder in nächster Zukunft getätigt werden sollen. Also die Bewältigung der Gegenwart steht im Mittelpunkt. Hoffnung will hier und jetzt die Welt besser machen. Erstmals hat die Frankfurter Buchmesse im Vorjahr online stattgefunden und hat dafür den propagierten Aufruf zu Signals of Hope benannt als ihr großes Motto und hat damit einen starken Akzent gesetzt. In einem Monat etwa gibt es wieder die Frankfurter Buchmesse. Man versucht es endlich wieder in Präsenz und unter dem Motto Reconnect. Auch hier sollen wieder Signale gesetzt werden. Aber vor zwei Jahren, nicht einmal zwei Jahren, 2019, ist die Buchmesse unter dem Motto gestanden Anthropozän, das letzte Zeitalter. Und sie war überfrachtet von menschengemachter Weltuntergangsstimmung. Wir wissen ja, hinter dem Begriff Anthropozän steht die Menschenzeit als von der Natur bis zur Kulturwissenschaft ausgerufenes neues Erdzeitalter, in dem sichtbar wird, wie der Mensch durch seine Lebensraumansprüche, durch seinen Ressourcenverbrauch, auch durch seine Hinterlassenschaften unseren Planeten so verändert hat, dass das auch in ferner Zukunft immer geometrisch, geologisch nachweisbar bleibt. Aber aus dem jüngsten Tag wurde inzwischen die Weltklimakatastrophe, die Luftverschmutzung, das Artensterben, ein Spiel mit der Angst. Und von den Medien hofierte Protagonisten verbreiten hochbezahlt ihr Lamentieren über die Apokalypse. Ich nenne Beispiele. Beginnend mit dem weltweiten Bestseller des US-Schriftstellers Jonathan Franzen mit seinem entlarvenden Endzeit-Untertitel gestehen wir uns ein, dass wir die Klimakatastrophe nicht mehr verhindern können. Und dann könnte man beliebig fortsetzen mit einem Ratgeber über die Klimakatastrophe. Sein Autor heißt auch zufällig Ratgeber. Weiter zur Generation Weltuntergang und über die Menschheit schafft sich ab, über die taumelnde Welt hin zur unbewohnbaren Erde bis zum bedrohlichen Ich will, dass ihr in Panik geratet. Der österreichische Bestseller-Autor Marc Elsberg untertitelt seinen real-utopischen Kriminalroman Blackout mit Morgen ist es zu spät. Und er schildert melodramatisch wie ein Stromausfall die europäische Bevölkerung, wenn sie wollen, die Menschheit darüber hinaus in apokalyptische Zustände versetzen kann. Das Buch ist 1,5 Millionen Mal verkauft, in viele Sprachen übersetzt. Am Cover ist zu lesen, unterdessen liegt ganz Europa im Dunkeln und der Kampf ums Überleben beginnt. Jahrtausende alte Beispiele kennen wir. Es sind jene zur Theodizee, zur Frage, wie ein Gott der Liebe entschuldbar gegenüber dem Leid wirrt oder bleibt. Von den Schicksalsschlägen Hiobs bis zu den Metaphern in Albert Camus Roman Die Pest, der ja Covid-bedingt wieder recht aktuell geworden ist. Woody Allen hat sarkastisch gemeint, And if God exists, I hope he has a good excuse. Aber viel aktueller scheinen mir Beispiele der Anthropozie zu sein, der Unentschuldbarkeit des Menschen selbst. Denken wir doch nur zurück an die Aufregungen, an die Schuldzuweisungen rund um die Wetterkapriolen im heurigen Sommer. Frank Lisson, zeitgeistiger Autor der Vereinsamung des Menschen, der hat jetzt eben ein Gedankenkonstrukt vorgestellt, in welchem er dem Mythos Mensch alle Hoffnung auf ein Gelingen nimmt und das Anthropozän als das Zeitalter nach den Kulturen ansieht. Dass ich zitiere ihn jetzt, die alte Welt des erdverbundenen Menschen unter einer dicken Schicht aus Asphalt, leerem Beton, Mülltechnik begräbt, für die Sofortbefriedigung all seiner Verbraucherwünsche war der Mensch bereit, die alte Erde zu opfern, um eine synthetische Welt an die Stelle der Natürlichen zu setzen. Zitat Ende. Das für mich jüngste und wirklich höchst literarische Beispiel und für die Sekundarstufe 2 zumindest vermutlich ein idealtypisches Beispiel ist Christoph Ransmeiers neuer zukunftsvisionärer Roman Der Fallmeister. Ransmeier, der ein literarischer Meistererzähler von Dystopien, benannt als Alpenapokalyptiker aus dem oberösterreichischen Voralpengebiet, der geht sprachlich brillant seinen Weg zur postmodernen Dystopie. Das Erdzeitalter des Holozehens, das ist für ihn klimatisch zerbrochen, in der entheiligten Erde ist die Klimakatastrophe längst passiert, das Gletschereis ist geschmolzen, der Meeresspiegel ist unaufhaltsam gestiegen, die Landstriche sind verödet, einstige Staaten sind in Kleinststaaten zersplittert, die sich in nationalistischer Konkurrenz Kriege um das letzte Süßwasser liefern. Das Wasser hat die Welt erobert und mit ihr die Menschen. Für die gilt nur mehr jeder für sich. Carmen Sippel aus unserer Hochschule hat die meisterhaft inszenierte Dystopie wassermetaphorisch mit Es wird einmal pointiert. Vielleicht würde Ransmeyer selber wohl jeden Kommentar seiner Anthropodizee eher müde belächeln und vielleicht nur lapidar antworten, was auf seiner Website ganz oben steht, Geschichten ereignen sich nicht, Geschichten werden erzählt. Medien brauchen den Skandal, Medien suchen das Spiel mit der Angst, mit dem Voyeurismus. Sie üben sich heute im Schatten Greta Thunbergs um sozialen Kulturpessimismus über die Gesellschaft, über die Kirche und natürlich über die Schule, Finanzkrise, Demagogie von Trump bis Kickl, Datenklau, Klimakatastrophe, Luftverschmutzung, Artensterben, Islamisierung, Terror, Flüchtlingstrauma, Migration, Missbrauch durch katholische Priester, Kopftuchverbot an den Schulen und so weiter. Und gegen diese hofierten Protagonisten, gegen die medialen Experten des Boulevards, in ihren hochbezahlten Lamentieren über die Apokalypse, da stelle ich den Aufruf und meine These lautet, schulautonom und nachhaltig handelt nur, wer Kulturoptimismus lebt und lehrt. Also Veränderung mit dem festen und dem gemeinsamen Bestreben nach dem Verbessern und mit dem Glauben ans Gelingen, wenn man sich selber darum bemüht. Gegen jene medialen Expertisen der Angst nenne ich zunächst zynisch diesen Vortragstitel, ich habe ihn hier reingeschrieben, dann brauche ich ihn nicht vorlesen, von Peter Turini. Aber damit wäre nur das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Was ist denn heute die pädagogische Antwort auf die medial hypostasierte Pubertät? Bevormundung, das wäre Arroganz. Regulieren wäre Unlogik. Überzeugen wäre eine Hybris. Verbieten wäre Illusion. Lenken wäre Utopie. Aber resignieren wäre das Waterloo der Pädagogik. Also stellen wir die Fakten und die Tatsachen des Lebens, wie sie an unseren Schulen vermittelt, erarbeitet werden, gegen jede Stimmungsmache der Boulevardmedien. Also Anthropozän, nicht Klimakatastrophe. Anthropozän an die Schulen bringen, bedeutet, vergleichen wir die Daten des Neuen mit der Weisheit der Alten. Macht euch die Erde untertan nicht katastrophengeil, sondern wissbegierig. Was sagen heute die Hockerschlägerkurven in the Great Acceleration wirklich aus? Was können, was sollen schon Volksschulkinder daraus lernen? Um Anthropozän zu lernen, braucht sowas wie Schöpfungsverantwortung, Beziehung, zwischen menschlichem Geist und nicht menschlicher Materie nicht entlang scharfer Trennlinien, sondern durch Rückkopplungsschleifen machen wir als LehrerInnen für unsere SchülerInnen das Ereignis zum Erlebnis, indem wir es vom Spektakel trennen. Entdramatisieren wir durch Fakten, autonomisieren wir durch Begegnung, reflektieren wir durch Dialog. Nicht trauzen, lernen, nicht sich sorgen, forschen, nicht sich ängstigen, teilen, nicht sich empören, sich engagieren. Und diese vierte kantische Frage als Summary der drei Leitfragen, die müsste vermutlich lauten, wer bin ich? Im größeren Zusammenhang von Natur und Kultur, von Gesetz und Freiheit, von Wirklichkeit und Möglichkeit, von Welt und Gott. Ich transformiere sie auf die Frage nach der Schule, nach ihren Herausforderungen zur Mitverantwortung in der Gesellschaft. Was war, wie ist und wozu ist Schule geworden im Anthropozän? Und ich denke, wir alle kennen doch die klassischen Antworten. Schule ist Neugier. Denken wir an Platons Menon-Dialog, die dort gestellte Frage nach der Verdopplung des Quadrats. Für Sokrates sind SchülerInnen neugierig Fragende. Schule ist Ehrfurcht. Für Augustinus sind SchülerInnen neugierig vor der Schöpfung. Heute haben sie Sorge um eine intakte Umwelt und Lebenswelt. Schule bringt Freiheit. Für Kant brauchen Schulen den vielzitierten Mut, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen, sich selbstverantwortlich, mitverantwortlich zu fühlen, danach auch zu handeln. Schule ist Emanzipation. Das war für Karl Marx, für Friedrich Engels, die klassenlose Gesellschaft, als Sehnsuchtsziel. Heute geht es um frühe Mündigkeit, Individualisierung, Gleichberechtigung, Chancengerechtigkeit. Schon moderner Schule ist Dialog. Comenius, Martin Buber, Hartmut von Hentig. Alte Lernkultur war das Fließen des Wissens, vom Lehrer zum Schüler, ungegendert. In neuer Lernkultur stehen LehrerInnen und SchülerInnen dem Wissen der Welt gegenüber, mit dem gemeinsamen Ziel, mitverantwortlich, eigenverantwortlich handeln zu können und zu lernen. Ich ziehe es weiter, Schule ist Uns-Welt. Auch eine Wortschöpfung Reinhold Kleinfelders aus Umwelt und Mitwelt. Und die bringt der Schule die Aufgabe zur Mitverantwortungsübernahme. Und diese Metapher will die digitale mit der persönlichen Verantwortung verpflechten. Das tut heute jener Begriff, der quer durch die Wissenschaft eben einer der wohl meist diskutierten geworden ist, nämlich das Anthropozän. Und ich meine, Schule ist Wir-Welt. Schule sind Wir. Wer, wenn nicht wir, an unseren Schulen hat die Pflicht, aus Erkenntnis Bekenntnis zu machen, aus Bekenntnis Bekundung zu geben, aus Bekundung Verwirklichung einzuüben, aus Verwirklichung Folgenabschätzung vorzunehmen und aus Folgenabschätzung wieder Erkenntnis zu gewinnen. Das ist doch der Kreislauf des Lernens. Denken und Lernen im Mittelalter drehen sich um die erschaffene Welt. In der Aufklärung wendet sich der Fokus dann hin zur verstandenen Welt. Die heutigen Fragen zur Umwelt, zur Mitwelt stellen sich in der Uns-Welt des Anthropozäns. Und sie brauchen die Transformation in die Wir-Welt an die Schulen. Das menschengemachte Neue wird zum Auftrag für die Schule. SchülerInnen werden angespornt WeltgärtnerInnen zu sein und in ihrer Wir-Welt es auch später noch zu bleiben. Weltgärtner ist auch ein Begriff von Reinhold Leinfelder. Gärtner, ausgebildete Fachleute für die Produktion, für Ernte, für Pflege von Pflanzen, zur Freude und zum Wohl der Menschen und die Fachrichtungen, die reichen von der Baumschule über den Garten- und Landschaftsbau, Gemüsebau, Obstbau, Stauden- und Zierpflanzenbau bis hin zur Friedhofsgärtnerei. Also Mutatis Mutandis, ein neuer Auftrag für die Schule, SchülerInnen in altersgemäßer Form zu Fachleuten für die SDGs auszubilden oder besser zu bilden. Ich habe in einer Tabelle mit fünf Zeilen aufgelistet, Begriffe, die ich jetzt versucht habe, ein bisschen transparent zu machen. Sie sind ja schon fast erklärt, mit Ausnahme des Letzten, den erkläre ich und ergänze ich noch. Schulunterricht zum Anthropozän braucht ein Metaversum als virtuelles und reales Schüleruniversum. Der Begriff Metaversum, der stammt aus einem Science-Fiction-Roman, ist knapp 30 Jahre alt, sollte nach damaligen Visionen das mobile Internet ablösen und um eine Dimension erweitern, in dem Arbeit und Freizeit partiell in virtuelle Welten und Simulationen ausgelagert werden. Und wenn ich schon mit einem solchen Begriff spiele, dann verweist er uns doch auf ein Genullpunktetes Lernen. Jetzt überschreite ich die fünf auf ein Genullpunktetes Lernen 6.0. Lernen 1.0, wir kennen das ja, was sammeln, Brockhaus, Enzyklopädien, tabellarisches Wissen speichern. Lernen 2.0, Self-Organized Learning, Eigeninitiativ, Selbstlernkompetent, lernseitige Didaktik, User-Generated Content, Blended Learning. Lernen 3.0, das war eine Antwort auf das neue Web, also Informationen vernetzen, für zu wissen, Wissen anwenden, für zu können, können, mit Wollen verbinden, für zu handeln. Lernen 4.0 beinhaltet dann Reflexion und Solidarität, Lesson and Learning Studies, Inverted Classroom. Lernen 5.0, ist digitales Lernen im IT-gestützten Unterricht, wenn wir so wollen, ab diesem Schuljahr mit dem Acht-Punkte-Plan des Ministeriums. Lernen 6.0 im Metaversum der Wir-Welt ist gleichsam sowas wie die Third Mission für die Schule. Und Schule als Ort des Lernens in einer Zeit des Werdens soll doch ein Ort schöpferischer Muße sein, Schüleruniversum, Lebens- und Lernwelt, realer Lernraum der Entfaltung von Virtualität durch Digitalität, Übungsfeld für Menschlichkeit als Pflanzgarten der Würde, Absage an Macht und Ohnmacht im pädagogischen Geschehen transformativen Lernen sein, autonomer Raum mit dem Auftrag zur Mitverantwortlichkeit für alles, was ist und was lebt, also ganz im Sinn der Ethik von Albert Schweitzer, Wal-Afrikaner von Lambarene. Cicero hat es Oceum cum Dignitate benannt, also heute Mitverantwortlichkeit im Anthropozän. Ja und dafür möchte ich heute und zwar wirklich erstmals mündlich festgehalten ist es in einem neuen Buch, das in Kürze erscheinen wird, eine zumindest zeitgeistig gewählte neue Begriffsverwendung als aktuelles Vokabular auf den Sprossenleitern nahezu aller neuen Lehrpläne vorstellen, nämlich Anthropozän-Kompetenz und dabei ist mir der Weg das Ziel, es wäre doch anmaßend und wirkungslos, jetzt eine eigene Definition für Anthropozän-Kompetenz vorzugeben, aber zu erarbeiten in Scientific Communities, in Erasmus Plus Projekten, als Culture Nature Literacy, in Fächern, an primären Lernorten, auch in Klassenzimmern, da ist es doch allemal. Gibt es den Lernkompass aus der OECD für 2030, ich zitiere daraus zwei Sätze, um die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu meistern, muss Schülerinnen und Schülern die Handlungskompetenz und das Gefühl vermittelt werden, dass sie zur Gestaltung einer Welt beitragen können, in der Wohlergehen und Nachhaltigkeit für sie selbst, für andere und für den ganzen Planeten erreichbar sind. Diese Kompetenzen sind Schaffung neuer Werte, Ausgleich von Spannungen und Dilemmata sowie Verantwortungsübernahmen. Also für die Mehrdeutigkeit der Wirklichkeit braucht es Querdenken und inkompatibles Denken. Ja und vielleicht erinnert sich die eine oder der andere von uns an das Kombine-Konzept von Franz Rauch et al. Das Wissen, Können, Werten, Fühlen, Kommunizieren, Reflektieren, Visionen entwickeln, Planen und Organisieren in einer dreidimensionalen grafischen Form verständlich nachvollziehbar darstellt. Die Schulstandorte nicht mit einem wissenschaftsführigen Duktus überfrachtet oder auch an das Wir-Größe-Ich-Plakat der Caritas. Das signalisiert jenen klaren Anspruch, den das menschengerechte Neue an uns stellt. Und für die Welt der Schule und des täglichen Unterrichtens da hat es jedenfalls für mich Bert Precht eigentlich diesseits aller akademischen Kompetenzorientierungs Orientierungs Diskussion beschrieben. Ich habe sie reingestellt, das Zitat. Was mir gehört, dem bin ich verpflichtet. Gut sein ist ein abstrakter Anspruch, aber jemandem gut sein ist ein moralisches Ziel. Die mütterlichen und väterlichen, ob man sie jetzt Coaches oder TrainerInnen oder immer noch und immer wieder LehrerInnen, PädagogInnen nennt, die sind für das Gedeihen der ihnen Anvertrauten verantwortlich. Sie setzen als Bewässerer ihre pädagogischen Signale der Hoffnung in die Gegenwart. Im Vertrauen aufeinander, im Zutrauen aneinander. Gute Schule gibt Zuversicht, denn Zuversicht ist Einsicht auf Aussicht. Guter Unterricht schenkt unserer Welt Vertrauen und Vertrauen ist ein Bumerang. Damit beginne ich schon zusammenzufassen und zwar möglichst genau in den Begrifflichkeiten des Untertitels dieser meiner Keynote. Zukunft hat immer Konjunktur. George Orwells 1984 war jahrzehntelang Bestseller und schulische Pflichtlektüre. Heute bietet 2084 eine Zeitreise durch den Klimawandel an. Der Weg des Anthropozäns in den Unterricht als Nachhaltigkeitsdenken, als Nachhaltigkeitstun, führt über Erkenntnis zu Bekenntnis. Wer Gesellschaft kritisiert, muss ihren Zustand kennen, seine Ursachen analysieren, die Folgen rational abschätzen. Wer die Welt bewahren oder gar retten will, der braucht Wissen, Wollen, Können, Glauben. Und mehr denn je übernimmt auch die Schule als ganze Mitverantwortung für jenes Bildungsgeschehen, das ihre jungen Menschen befähigen kann und natürlich auch soll und will, die Zukunft maßgeblich mitzugestalten. Bildungsverantwortung, Bildungsgelingensverantwortlichkeit ist nicht erst heute die eigentliche gesellschaftliche Dimension für die Schulpädagogik. Als Aufgabe an uns und für uns alle, wer, wenn nicht die Schule ist verantwortlich, wer, wenn nicht die LehrerInnen als StadthalterInnen, als InfluencerInnen von Bildung. Was droben in den Wipfeln rauscht, das wird hier unten ausgetauscht, ironisiert Christian Morgenstern und er beschreibt metaphorisch eine Aufgabe von Schule als Sandkasten des Lebens. Aufgabe der Schule ist nicht nur eine Beobachtung und Analyse gesellschaftlicher Verhältnisse, sondern auch Einflussnahme darauf. Zitate, nichts werde gezählt als gut und sehe es aus wie immer als was wirklich hilft und nichts gelte als ehrenhaft mehr als was diese Welt endgültig ändert, sie braucht es. Das sagt Bert Prechts Johanna im Vorspiel seines nach ihr benannten Theaterstücks. Bildung gelingt nur, wenn sie wirkt. Was wirkt, verändert. Wer verändert, ist verantwortlich und beim Miteinanderlernen lässt sich das Miteinander lernen. Transformation, Franz hat es erwähnt, als Schlüsselbegriff von der Geologie bis zur Sprachwissenschaft quer durch die Wissenschaft dient dazu, sie in Bezug zu setzen, sie zu verbinden. Was liegt näher als diesen Begriff auch für das Lernen zu assimilieren und von hier ausgehend in der Bildung für nachhaltige Entwicklung zu beheimaten und für das Anthropozän zu adaptieren. Wer verändern will, wer umwandelt, in Beziehung setzt, muss nicht nur das Was und das Wie kennen, er soll vielmehr auch vom Woher wissen, um das Wohin mitzubestimmen. Ohne Gedächtnis kein Wissen. Max Frisch ist das. Das große Alphaschulische Bildung ist Tradition, weniger als Summe der Bräuche, aber als Kosmos der Weltliteratur. Das Alphabet ist vernetzendes Lernen in Zusammenhängen, in Ursachen und Wirkungen, nicht nur Inhalte aufnehmen oder rezipieren, sondern auch nach Ursachen und nach Gründen fragen. Das große Omega ist die Zukunft. Sie zu antizipieren, sowohl bereit, vorbereitet zu sein, sie zu entwickeln, sie mitzugestalten und als auch das auch wirklich tun zu wollen. Und damit komme ich zum Schluss und ich habe Ihnen ja davor die Auflösung meiner Anfangsfrage versprochen und obwohl Dante Kant nicht kannte, löse ich mein Versprechen jetzt ein. Was hat Dante der aus Florenz Vertriebene mit Imst gemein? Er hat mit seiner Philosophie für die Menschen eben diese Menschen von der universitären Philosophie, von der dogmatischen Theologie befreit. Er wollte eine Philosophie entwickeln für die Menschen, die mitten im Leben stehen und die sich fragten, wie soll ich leben? Und so ist seine göttliche Komödie, die die Wiener Komedia entstanden, geschrieben am Beginn des 14. Jahrhunderts, 450 Jahre vor Kants Kritik der reinen Vernunft. Erstmals und damals absolut einzig, nicht auf Lateinisch, sondern auf Italienisch, in der Sprache des Volkes und in der Sprache der Menschen. Wissenschaft in die Sprache der Menschen bringen, das will doch Imst. Und das möchte ich an einem solchen Tag auch sagen, verbunden mit meinem Danke an die Projektverantwortlichen von Imst, von gestern, von heute und hoffentlich von und für morgen. Ein Ziel von Schule ist es, Makroskop und Mikroskop von Wirklichkeit zu sein. Ein Ort empirischer Kenntnisse, der transempirischen Bildung, der Vermittlung neudeutsch lokalisierter Verantwortung, der Möglichkeit zur individuellen Freiheitsverwirklichung, des Einübens in Freiheitsfähigkeit, der Pflicht zum Schutz der Umwelt, zur Würde der Mitwelt, zur Verantwortungsübernahme der Uns-Welt, zur Gesellschaftsmitgestaltung der Wir-Welt. Wissen ist die Ursache von Gewissen. Gewissen ist der Raum von Wissen. Tun ist der Anspruch von Gewissen. Gewissen ist die Quelle von Tun. Hoffen ist das Ziel von Gewissen. Gewissen, unser Gewissen, ist der Ort von Hoffen. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Rektor, herzlichen Dank für diese feurige Rede, die Sie an uns hier weitergegeben haben, die die mediale, aber auch reale Dramatik der Fragen des Anthropozens aufbegriffen hat. Sie war fundiert auf unserer Geschichte, auf der Geschichte der Philosophie, auf der Geschichte der Menschheit und Sie haben den Bogen gespannt von Immanuel Kant bis zu den Alltagsmedien. Es waren sehr viele Impulse dabei, herzlichen Dank hierfür und jetzt liegt der Ball an uns, an Ihnen, verehrte Zuhörerschaft. Nehmen Sie die Chance, ergreifen Sie die Chance, stellen Sie Fragen an Rektor Rauscher. Wir haben einige Minuten noch Zeit, auf die einen oder anderen Teilaspekt hier noch einzugehen. Der Chat war sehr ruhig im Laufe der letzten halben Stunde. So intensiv haben wir Ihrer Rede hier zugehört, so berührt hat sie uns auch. Ich denke, jetzt müssen wir fragen, wer, wenn nicht wir, sollen nun Fragen und Antworten stellen. Wir werden diese Fragen und ihre Impulse dann natürlich auch noch in den Workshops aufgreifen. Für das Erste allerdings möchten wir hier im Chat auch die Gelegenheit noch dazu bieten und wir werden diesen Chat dann eben auch hier ins Plenum mit einbringen. Wenn keine Fragen kommen, wir können uns ja auch ein paar Minuten stumm gegenüber sitzen, das machen die Chinesen des Öfteren. Aber ich möchte vielleicht nein, noch keine da, nehme ich jemandem das Wort weg, habe ich sie alle stumm gemacht. Ich möchte es einfach vielleicht ganz einfach noch einmal versuchen zusammenzufassen. Luhmann hat gemeint, die Schule braucht keinen Richtergott und keinen Beobachtergott, der Schuld bei den Menschen sucht und straft. Und das scheint mir so wichtig. Es gibt so viele Schulkritiker in den Medien, hochgelobt, die fordern immer ein Umdenken in der Schule. Was wir brauchen, ist ein Denken in der Schule. Wir brauchen kein moralisierendes Gutmenschentum mit emotionalisierenden Reizwörtern der Medien, sondern mit Fakten, mit Beziehung, mit Bezugnahme, mit Geschichtsbewusstsein, mit Würdigung des Vergangenen, mit Verantwortungsbereitschaft in der Gegenwart, mit Verantwortungsbewusstsein in der Zukunft. Das erscheint mir einfach ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Esoterik, Fundamentalismus, Ideologie, rassistische Vorurteile, all das, das hat in der Schule absolut keinen Platz. Lernen ist ein Versuch, die Welt dadurch besser zu verstehen, dass man sich bereit hält, ihr zu geben, was sie braucht. Lernen ist das Brauchen Wollen und Lernen ist der Versuch, die Welt dadurch besser zu machen, dass man sich bereit hält, den Lernenden zu geben, was sie brauchen und darin von ihnen einzufordern, was sie sollen. Also Lernen ist das Brauchen Wollen Sollen. Bildung am Anthropozän ist Ermächtigung Wellness des Geistes. Als Ermächtigung zum reflektierenden Umgang mit Wissen, mit Gewissen, mit Zahlen, Daten, Fakten, damit wir nicht mehr unterscheiden zwischen Schulunterricht und Freihaben. Damit unser pädagogisches Ziel das wird, was ich versucht habe anzudeuten, eben sich seines Verstandes zu bedienen, das ist frei sein. Viel Unterstützung, viel Zuspruch im Chat für Sie. Ein Zuhörer dankt Ihnen für diese klare und mutmachende Übersetzung des Anthropozäns in die Schule. und ich denke, es ist wirklich eine runde Sache, wie hier Ihr Vortrag nun aufgenommen wurde. Alfons, ich darf dich ganz kurz unterbrechen, der Herr Heimo Sänger ist im Bild und würde gerne eine Frage stellen, glaube ich, aber einfach drauf losreden, bitte. Ja, danke. Lieber Erwin, vielleicht ist es ja auch deswegen so ruhig hier und es gibt keine Fragen, weil wir alle so sehr beeindruckt sind von deinen Worten und erster Punkt, ich möchte mich einmal ganz herzlich bedanken für diese inspirierenden Impulse, denn es ist mir gerade in dieser Zeit, wo ich deinem Vortrag zugehört habe, ganz bewusst und klar geworden, wie wichtig es ist, dass wir im Bildungssystem genau diese Verantwortung wieder stärker wahrnehmen müssen und auch gegen diese Polemiken und natürlich auch oft, du hast sehr als Boulevard auch bezeichnet, dem entgegenhalten müssen und da sind deine Ausführungen wirklich ein genialer Quell gewesen, wo wir Kraft schöpfen können, alle von den Universitäten, pädagogischen Hochschulen bis hin zur Schulpraxis, um praktisch hier wieder Mut zu fassen und diese wirklich wichtige Aufgabe, die eben sonst niemand so wahrnehmen kann, wie wir im Bildungssystem wieder verstärkt wahrnehmen zu können und da möchte ich dir herzlich danken und ich hoffe und das zeigt mir auch die Reaktionen, dass wir alle diesen Mut jetzt schöpfen und das glaube ich wieder mit neuer Energie aufgreifen und damit ist ein wertvoller Impuls gesetzt. Vielen herzlichen Dank. Dank.